Ja, hallo liebe Gaming-Freunde, hier geht die Post ab. Ich hab Angst. So viele Gegner, so viele Gegner. Ja, wir sind hier anscheinend bei Cynders Burg, so da in der Nähe. Und da, wo sie Ignitus wohl gefangen hält, was nicht sehr schön ist. Weil Ignitus hat ja versucht, Cynda aufzuhalten, als sie Spyro hinterher geflogen ist und Terror da zusammengehauen hat. Und ja, dadurch ist Ignitus jetzt gefangen. Das ist ja auch schön scheiße. Jetzt lasst mich doch mal richtig zuschlagen hier. Ja, es ist ja auch nicht so schön, weil wir haben jetzt die ganzen anderen Wächterdrachen befreit. Und dann ist Ignitus auf einmal gefangen genommen und alles nicht so einfach hier. Ne, Digga? Aber huch, ich mach euch erstmal kaputt. Erstmal mach ich euch hier kaputt. So. Na, du schützt dich nicht. Am besten gehst du mal in diesen Elektrozaun da rein, damit du kaputt gehst. Aber ich glaube, das wird nicht passieren, oder? Und dann prügeln wir dich halt so. Genau. Na, nein. Ach! Hatte ich doch so wenig Energie. Na gut, dann halt nicht. Auf einmal. Aber erst mach ich diese Kanone platt. Aua! Ich wollte dran vorbeirennen und den dann platt machen, aber es hat nicht so gut geklappt. So. Dann eben nicht. So. Äh. Du da. Hoho! Erstmal von hinten abgefackelt. Alles explodiert. Hoho! Hoho! Das wollte ich nicht, aber egal. Komm, machen wir nochmal. Nein, nicht hauen. Fall mal da durch. Ja, schade. Es geht nicht. Das Spiel hat ja so manche Stellen, wo das... Ähm. Hup! Hat... Ja. Genau. Hat ja so manche Stellen, wo die Gegner einfach sterben. Alles okay. Auf ein neues. Aber hier anscheinend nicht. Schade. Haha. Verkokelt. Fall doch nicht direkt hin. Dann kann ich dich nämlich nicht hochschmeißen. Verlöse ich. So. Steh nochmal auf. Am besten ohne, dass du dich wehrst. Haha. Extra Wünsche für Spyro. Ach, ich hasse dieses Teil, was er da von sich gibt. Dieses Elektro-Ding. Ich hole mir mal lieber nochmal Energie. Ups. So. Huch. Der ist mir ja hinterher... Ach, ich hasse diese Teile. Der ist mir ja hinterher gelaufen. Jetzt hör aber mal auf. Jetzt hör aber... Na. Geh weg. Geh bloß weg. Nein, nein, nein. Ich will nicht. Ich will nicht. Wir haben uns beide gegenseitig ausgenockt. Herrlich. Das ist ja schön. Na gut. Hui. So, was haben wir hier? Wer kommt jetzt? Keiner? Wow. Spiel, überrasch mich doch nicht. Kein Gegner hier. Ehrlich. Doch, da hinten. Ja, natürlich. Huch. Was war das? War das dieser Turm hier? Kann ich den kaputt machen? Irgendwie? Nee. Ah! Okay, da ist so ein Licht. Da darf ich auf keinen Fall rein. Oh. Oh. Es verfolgt einen. Okay. Hier muss ich ja ganz schön aufpassen. Wolltest du gerade Flickflack machen? So, bei dem Teil muss ich jetzt aufpassen. Ach, da kommen ja noch mehr. Juhu. Da ist ja auch ein großer. Na. So. Verbrennt. Na. Jetzt wirbel doch nicht so um dich. So, du auch noch. Komm her. Na klar. Na klar. Aber die Scheinwerfer kommen nicht bis hier hin, oder? Das wäre nicht sehr schön. Ja, mit dem Zeug. Ja, komm. Gib her. Danke. Warte doch nicht da hinten. Ich will nicht ins Licht. Komm her. Ja, komm her. Ja, fein. Huch. Huch. Oh, natürlich kommen wir ja. Was erwarte ich eigentlich? Na, du gehst mal weg hier. Oh. 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 Ich dachte, es dauert eine Weile, bis sie angreifen, dass die sich jetzt kurz aufladen müssen oder so, aber. Ich höre doch noch was. Stattdessen schießen die direkt los. Okay. Okay. Hallo. Na. Hui. Boom. Ich liebe es. Das hier finde ich nicht so toll, zumal das jetzt fast voll daneben geschossen hat. Hey. Wow. Das ist ja auch voll aufgeladen. Eis ist nicht so toll irgendwie. Wie er davon rennt, das ist auch sehr schön. Und für Erde, ja. Das war das hier. Dann wird der hochgeschleudert und bäm, bäm, bäm. Dann werden sie alle hochgeschleudert. Sollten wir vielleicht mal öfter machen. Da siehst du, der wird da hochgeschleudert. Und jetzt sind sie alle da drin. Ach, ist das schön. So, nochmal. Komm. Die leichtere Art, jemanden hochzuwerfen. Und du so. Oh, da ist ja noch so ein Eisklotz-Ding. Äh, Elektro-Klotz. Du da. Dann brauche ich die nicht extra hochwerfen. Das ist echt praktisch. Huh. Nein, nein, nein. Nicht bei dir. Den Chiruja wollte ich hauen. Chiruja. Oh, kein Mana mehr. Hahaha. Ich habe nichts gesagt. Er verbraucht doch ganz schön viel. Böser. So. Warte, warte, so. Er wollte gerade zuhauen. Okay. Ist das? Nichts. Ist ja ein Gegner. Hallo. Na, komm schon. So. Achso, dann kommen wir hier rüber. Alles klar. Hallo. Geh mal da rein. Geh mal da rein. Oh, schade. Dann hau ich dich. Ups. Hau ich dich einfach so. Nein. Hör auf damit. Ho, 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 ho. Fällst du immer hin? Oh, du arme. Au, 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 au. Da hat sich die Kamera ganz schön schnell gedreht. Hallo? Ganz schön schnell gedreht. Tschüss. Das nehmen wir natürlich auch noch mit. So, da ist noch einer. Guck, guck. Das macht ihm gar nichts aus hier, ne? Willst du den lieber? Ja, den magst du lieber, ne? Komm, nochmal. Aua. Ich höre ja schon auf. Ja, ich bin ja jetzt nett. Hörst du mal auf? Dankeschön. Ja. Sehr schön. Naja, tschüss. Oh, oh. Oh, oh. Das sieht nicht gut aus. Natürlich kommen da Gegner. Ich will nicht. Vor allem will ich den da hinten nicht. Ha, ha, ha. Nicht da vorne. Da hinten, Schätzchen. Da hinten. Genau. Ich will den Großen da weg haben. Aber ihm macht das gerade nicht sehr viel aus. Lauf. Lauf. Na, natürlich. So, weißt du was? Hier, du kriegst den hier. Digga. Wuhu, huu, huu. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Autsch. So, du bist kaputt. Na. Hütter. Ha. Ha, ha. Daneben, daneben, daneben. So. Wuhu. War sonst noch jemand? Das möchte ich noch einsammeln. Dich möchte ich noch platt machen. Und, oh, ich bin schon so gespannt auf Cinder. Oder wie der Kampf mit ihr wird. Ui, 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 ui. Ha, ha. Oh, 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 oh. Pass auf, Spyro. Aua. Hab doch gesagt, pass auf. So, warte. Ich muss mal kurz hier den Überblick kriegen. Okay. So. Gib mir das. Dann möchte ich... Äh, da durch. Wie jetzt? Wieso ist der noch zu? Oh, versteckt da sich die feige Sau. Du feige Affe, du. Lass dich platt machen. Ach nee, es sind noch mehr gespawnt. Oh. Sind einfach noch mehr gespawnt. Ich mach dich still und heimlich in der Ecke fertig. Hallo. Stehst du da so rum? Das stört gerade hier ein bisschen, die Sicht. So, warte mal. So, da versteckt er sich wieder. Hi. Bushi. Nicht hauen. Nein, 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 nein. Nur ich dich, okay? Danke. So, wer noch? Bäh. Jetzt ist aber vorbei, ne? Ja. Hallo. Wir kommen langsam, aber sicher näher, würde ich mal behaupten. Ich guck mal, was wir hier so haben. Ich glaub, ich mach das erst mal voll. Hui, ui, ui, ui. Und das hier. Aber das... Obwohl, doch. Ah, geil. Als nächstes das hier. Oder doch das Unter. Wir haben fast alles voll. Ich freu mich. Ich freu mich. Ups. Ach, mach auf, Spyro. So schwer ist das nicht. Hi. Ich mag dich nicht. Oh. Ach so, du hast das Tor hinter mir zugemacht. Okay, das ist okay. Das ist völlig in Ordnung. Und legitim. So, ich glaub, ich benutze aber mal mein... Unter anderem Lieblingselement. So. Ne, das können wir gleich mal wegkicken hier, das Dynamit. Dann explodiert das bei dem. Hahaha. Haha. Doofe Sau. So. Na, weg nach Riss. Hab ich nix mit zu tun? M-m. Hahaha. Dich hab ich gesehen. Du machst mir das Leben nicht schwer, aber... Man hat gar nicht mehr gesehen, wie Spyro angegriffen hat. Aber, naja. War trotzdem schön. So. Dich machen wir auch platt. Dann hindern die uns nicht. Upsi. Ja, jetzt ist... Jetzt ist aber gut. Ne, 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 ne. Nein, 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 nein. Jetzt hör aber... Jetzt hör aber mal auf. Hab dir deine Mami denn keinen Anstand beigebracht? So. Oh, die Musik. Awesome. Awesome. Nein, nein, jetzt spring doch mal. Spyro wollte nicht springen. Also manchmal ist die Steuerung echt für den Arsch. Muss ich ja ehrlich mal sagen. Aber das bemängele ich schon die ganze Zeit an diesem Spiel. Die manchmal etwas seltsame Steuerung, die manchmal halt macht, was man will. Was sie will. Ich komme langsam ein bisschen aus dem Konzept. Bam. Aber Musik ist awesome. Au. Au. Manchmal... Ey. Der hat mich echt nicht zum Abhauen kommen lassen. Toten Ton. Nö. Da, bitteschön. Weißt du was? Ich benutze jetzt das Erdelement. Haha. Komm nochmal. Nochmal. Ja. So macht das doch Spaß. Komm nochmal. Ach, schön. Wie groß der Sturm geworden ist, wenn man mal eine Stufe aufgelevelt hat. Na. Bleib so wohl... Oh, jetzt haut er schon ab. Oh. Ist der süß. So. Das istarrt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017